Ok, wir gehen schon mal rein, ne? Ja. Ja, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, bin hier rein und wieder, ja, wieder hoch. Das ist das falsche Schiff, ok. So, lass mal gucken, also, den lassen wir zu, dann wissen wir, dass der Gang links vom Eingang ist. Ja, ja, genau, der ist links vom Eingang. Also gehen wir jetzt hier geradeaus. Wir gehen geradeaus. Da wie beim Rondel sind wir geradeaus gegangen. So, da ist die Kiste. Oh, noch eine Fackel und Raketen. Ja, schön, sehr schön, sehr schön. Seid ihr geradeaus, ok. Soll ich die Kiste lassen? So, ich bin übrigens da. Denn da wie da ist, kommt es kaputt. Ja, genau. Dann brauchen wir da eigentlich. So, dann gehen wir hier mal einmal gucken, oder? Da habe ich alles ausgeladen und auch den einen Stab, den ich hatte. Da ist er, guck mal, da ist ein... Da ist wieder, dann erst da lang vielleicht, weil dann ist es gleich von der Orientierung her. Rechts, links, runter, ach Gott. Ja, vielleicht hast du gesagt, da runter zuletzt. Ja, ich glaube, ich habe mich verguckt gehabt. Soll ich hier stehen bleiben? Ich habe schon wieder eine Zugangskarte. Ja. Da habe ich auch eine. Da habe ich mitgenommen. Hier ist eine Kiste. Ja. Ach, hier ist wieder Sonne. Hier geht es auch noch rein. Da. Ich mach mal gucken. Oh Mann. Und hier geht es auch noch rein, oder wie? Ich schmeiß mal hier, ich schmeiß mal hier einen Changa-Samen hin, dass wir von hier gekommen sind. Ach. Ach. Weil Changa-Samen, was soll ich mit Changa-Samen, ne? Naja. Das erinnert mich so ein bisschen an Star Trek, äh, die Borg. Ja, genau, die sehr, genau. Ja, ne? Müssten nur grün sein. Ja, aber uff. Das ist hier, glaube ich, nichts, ne? Nee, sonst war nichts, ja. Gut. Da liegt der Changa-Samen, da sind wir gekommen. Dann wird es hier noch. Äh, Explosion? Hab ich. Oh, scheiße. Hast du? Hab ich alles ausgeladen. Ich auch. Ich hab alles ausgeladen. Oh, Kacke, Mann. Ja, dabei hatte ich doch extra welche gefunden. Komm, das ist noch nicht lang. Ja, na gut. Dann müssen wir hier was Blaues hinlegen, oder was? Äh, ja. Oder lohnt sich das dann nicht, hinterzugehen? Es sei denn, warte mal. Es lohnt sich immer. Vielleicht gibt es da hinten ja auch einen Rundgang. Nee, das sieht man nicht. Nee. Ich lasse den Changa-Samen hier liegen. Die Tür wird hier aufgehen, denke ich, oder? Ist das so eine? Das ist eine Sprengung. Easy. Hast du da frei? Das könnte es sein, aber wahrscheinlich nicht. Kann es nicht, aber kann. Okay. Ja. Und da sind wir gekommen, weil die Treppe wollten wir noch nicht nehmen. Genau, die Treppe nehmen wir jetzt vielleicht am besten. Ah. Ah, ist es. Hast du einen? Ich hab, du hast einen gefunden, ne? Ah, sehr schön. Uff. Ja, ich finden wir hier Quarz drin, ne? Möglich? Ich sollte sowas nicht laut sagen. Da haben wir schon mal eine News wieder, die wir gekauft haben. Sehr schön. Ah, zwei blaue habe ich gefunden. Guck so. Ah, warte mal. Da werde ich die ganzen Blumen hier reinmachen. Hast du den Schrank auch? Hinter dir? Der ist schon leer, ja. Limasamen soll mal aufheben, gell? Ja, Limasamen soll mal aufheben. Ja, Limasamen soll mal aufheben. Lirma habe ich mitgenommen. Oder Pester. Ne, Lirma hat sie gesagt. Lirma, ja, weil die brauchen wir nachher auch für die Tiere und so. Okay. So, dann ist der erledigt. Und hier hinten ist noch mehr Gang. Aber von hier sind wir doch gekommen, oder nicht? Ne, das ist die Kiste. Ne, da ist eine Kiste. Nein, da steht halt eine Kiste. Und da. Die kommen hier nie wieder raus. Und hier. Ich habe exklusiv gefunden. Ja, sehr gut. Dann können wir das direkt machen. Ja, mach. So, jetzt müsst ihr mir nur den Weg zeigen, wohin. Warte. Weißt du, wo er exklusiv ist? Ach, hier ist so eine Kiste. Ui. Eine Leiterplatte. Hier kann das nicht gewesen sein. Das muss halt dann hier gewesen sein. Hier ist, hier habe ich gerade alles abgeschlossen. Ich habe jetzt wieder Leuchtstäbe. Also, wir müssen ja praktisch erst mal, also die Kiste stand hier, ne? Ja, geradeaus. Damit kann das ja nichts zu tun haben, weil wir sind ja von ganz woanders gekommen. So, also müssen wir zurück hier. Ich habe die Treppe und den Jinx-Raum wartet. Ich komme zurück. Seht ihr mich? Da müssen wir nach. Wo ist die? Genau, wo ist die? Zu der Treppe müssen wir zurück. Richtig. Hier ist der Dingsraum. Da müssen wir jetzt erst mal hoch. Ja, und dann müssen wir nach rechts. Oder? War das nicht so? So, da vorne ist der Dingensrahmen. Dingensrahmen. Ja. Und hier war das dann zum Dingsen, zum Explodieren. Aber wo? Hier hinten, ne? Da vorne. Hier war der, ne? Da rein. Da. Okay. Weißt du? Uiuiui, nein. Nein. Sehr geil, Lavi. Du hast das hinter mir geknallt. Vielleicht, weil du mit dem Rücken da hinstandest. Was? So, mal gucken. Warnung, Bewässerung. Ich muss mich bewässern. Okay. Wollen wir schauen. Ach du Scheiße. Wo war er? Oh. Ja, auf ist das richtige Wort. Mal gucken, ob das hier ein Rundgang ist. Okay, da bleib ich mal hier stehen. Scheiße. Ne. Nicht? Ne. Nur der? Warte mal. Das hier ist ein Rundgang auf jeden Fall. Boah. Ich werde am Anfang stehen. Ja. Den Anfang? Hier sind wir runtergekommen, ne? Hier war die Treppe, ne? Warte. Ich schmeiß hier mal Eisen. Hier ist ein Lirma-Samen. Moment mal. Ich habe jetzt auch gerade einen Sprengladen gefunden. Hier ist... Moment mal. Aber der Lirma-Samen... Hm? Ähm. Also hier ist... Hä? Warte mal. Ja, wir haben hier noch eine Dings. Eine blaue. Boah. Lavi, wo bist du? Ich bin hier, äh, in diesem, äh, Mannschaftsraum hier. Mannschaftsraum. Hier ist Ende. Hier, ah, hier ist die... Noch eine sichere, so eine, so eine Brennzelle. Genau. Wir müssen dann wieder blau machen. So, von hier sind wir gekommen. Hier bleib ich jetzt stehen. Richtig. Hier ist der Samen. Ja, ja, hier habe ich die Samen und den Eisen hingeschmissen, deswegen. Hier ist noch jede Menge, äh, hier sind... Ich bin voll. Ich bin leider voll. Drei Räume zu. Mhm. Was ist das denn hier? Warte mal, ich mach das mal weg. Also, warte mal, da war der... Hä? Okay. Okay. Ja. Ich habe hier noch, ähm, hier ist noch, hier ist noch eine Sprengtür. Okay, ich habe aber keins mehr. Ich habe eins gefunden, aber ich weiß nicht, wo ihr seid. Das ist... Am Anfang von diesem Mannschaftsquartier, wo man hin und her laufen kann. Du bist gerade ausgegangen, oder was, Manu? Ich bin diesen Rundgang gegangen. Und zu gucken, ob das ein Rundgang ist. Ich stehe jetzt in einem Rondell praktisch. Weißt du was, wir machen mal unser Licht aus. Blinkst du mal, bitte? Warte mal, ich mach Licht aus. Äh... Seh nix. Seh nix, ne? Bist du noch links oder rechts gegangen? Du weißt es nicht, ne? Naja, jetzt nicht schlecht. Hier ist ein Raum. Ja, hier ist ein Raum. Ah, ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie. Genau. Okay. So. Warte, warte. Hier ist jetzt der... Da müssen wir nachher noch... Da ist auch noch so. Ich habe eine Sprengladung, die war eben in der Kiste. Dann werde ich das jetzt mal hier in die Luft jagen, ne? Oh, was essen wir? Äh... So, auslösen. So. Du hast wieder hinter mir gerumst. Na, dann komm. Ach, die Scheiße. Das ist noch ein Merkmal, da vorne sind auch noch drin. So, da wegmachen. Ach, ist wieder so ein großer Raum. Boah. Das ist echt krass. Ach, das ist das hier. Das sind... Oh, schön. Niedende Kisten. Oh, ein lilierer Baumsamen. Welcher? Guck mal rein. Der ist auch gelb. Warte. Ja, cool. Soll ich mitnehmen? Ja, nehmen. Das ist ja krass. Macht jemand noch Platz? Ja. Ja. Soll ich kommen? Oh, ist das cool. Aber sogar trinken, geil. Mhm. Ähm... Komm, trink. Ja. Cool. Also das finde ich besonders schön. Das ist echt schön. Das habe ich vor, jetzt hier nirgendwo mehr zu laufen. Es ist echt... Ja, der Lut ist wirklich, äh, richtig gut hier. Also kann man nicht anders sagen. Und ich sage dir, wir hätten das nicht freispringen müssen. Oder ist das ein neuer Rundgang? Warte mal. Wir hätten das nicht freispringen müssen. Ja, ja, aber das kann man ja nicht wissen. Wohin willst du das wissen? Wenn du es nicht, äh, gemacht hast. Hast du? Guck mal, was hier liegt, Larry. Wo bist du? Ja, warte, warte, hier. Guck mal, was hier liegt. Äh... Also? Ja. Ja, das war ein Zeug, oder was? Ja. Wir sind bei den Quartieren wieder. Ah, ja. Ja, wir sind, glaube ich, jetzt auch tatsächlich, würde ich sagen... Das war nicht fertig. Durch. Ja, aber bis auf die Brennstoffdings. Aber das weiß ich nicht mehr, wo es war. Und ich habe auch keine Ahnung, wo ich bin. Ich hatte ja eine blaue Fackel hingelegt, aber, äh, die muss man erst wieder finden, ne? Außerdem fehlt der... Das war in eine andere Richtung, Renn. Nee, ah, hier ist die Fackel. Das bring ich mal. Ich habe den Safe gefunden. Komm zurück, ich wacke jetzt mal hier stehen. Wo denn? Ich habe die Treppe mit dem Safe gefunden. Ja, du kommst jetzt mal zurück. Und Lavi ist nämlich noch da, genau. Ah ja, und Andrina ist da. Okay. Okay, dann... Sehr schön. Ja, wir liegen mit dem Safe. Ja, die Treppe geht nach oben. Ach, die ist ja... So, ja. Ja, und jetzt weiß ich aber nicht mehr weiter. Geradeaus, ne? Oder was ist geradeaus? Hier waren wir auf jeden Fall. Weil da liegt nämlich irgendwas. Da ist dieser große... Da ist die Brücke oder was auch immer das ist. Das ist da, wo wir freigesprengt haben. Das ist hier die Dings. Die hat mir freigesprengt, die den... Warte, ne, ist das schwer in der Treppe. Warte, ich gucke einmal. Nicht weiter laufen. Ja, ist ein Rundgang. Rundgang. Da unten liegen die Lirmasamen mit dem Eisen. Irgendwas haben wir das jetzt hier noch markiert. Ja, hier ist doch dieses... Ja, das hatten wir hier markiert. Wegen der Tür, ja. Wegen der Tür. Aber wo die... Also geht's hier raus, genau. Ja, 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 ja. Such. Ja, das wollten wir dann aufmachen. Wir haben gewählt zwischen rechts lang gehen und aufmachen. Und haben gesagt, wir machen das jetzt nicht auf. Ich bleib hier an der Gesteh. Ja, ich geh mal da lang. Ich bin eh voll. Ich hab ein Pulsarquats, echt jetzt? Ich auch. Ja. Ich hab auch einen. Wecken und Strecken. Einen hab ich auch. Also hier ist ein Rundgang. Und hier ist ein Raum mit nichts. Also ein Dead End. So, hier ist... Nee, hier ist die Zweite, ne? Nee, hier ist nur ein Rundgang. So, 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 so. Ja, Rundgang. Ja, da war ein Dead End. Also da geht's auch nicht lang. Ja, genau. Und hier, ja, Rundgang. Rundgang, genau. Also, ja. Okay. Okay, dann haben wir das ja auch aufgemacht. Ja, da haben wir das doch richtig gut bewältigt, oder? Ja, ich bin schon. Hier lang, genau da, wo Manu ist, müssen wir, glaube ich, haben. Oder? Ich glaube, da ist die Treppe. Da muss man nicht lang. Die Treppe wollten wir lassen, ne? Das war die, die wir... Da, hier geht's raus. Wo geht's raus? Hier, wo ich stehe. Die Treppe wollten wir nämlich noch nicht machen, oder? Da geht's raus. Da ist das, wo wir eben waren. Da liegt der Lirmasam. Da steht der Lirmasam, ja, genau. Da müssen wir die Treppe nehmen jetzt, oder was? Hier ist der Trezorraum. Ja, der ist das... Der wird auch zurückgegangen. Hier mit der anderen Treppe. Komm hoch. Was? So, jetzt Lavi. Ah ja, da, okay. So, wir waren denn hier gegangen. Hier war jetzt zu gewesen, da haben wir aufgemacht. Also hier lang. Ja. Ja, das sind die Mannschaftskraftiere. Ja. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob da lang oder da lang. Ah, ne, hier nicht. Hier ist eine Tür, die sich wahrscheinlich öffnet. Hier ist das Runddell. Hier waren wir auch noch nicht drin. Ja, hier geht's raus, glaube ich. Ja, dann müssen wir da mal gucken, kurz. Warte, geht mal da. Ja, hier geht's raus. Ich hab's hier. Warte, ich guck mal eben, was das hier war. Ich leg hier mal... Sollte ich hier mal eine grüne Fackel hinlegen? Oder Manu guck mal? Ach so, ja doch, bitte. Weil wir müssen ja sowieso noch mal rein, wegen dem... Wir können gerade mal hier... So, hier ist nichts. Also hier ist nichts. Der Raum hier. Okay. So, dann sind wir durch hier. Ja. Okay. Wir werden nachher nichts finden, weil wir keinerlei Fackeln hingelegt haben. Aber wir sind hier raus. Äh, vielleicht haben wir auch nicht genügend... mit... Äh... Quarz für die Springsteilen. Ja, muss auch mal gucken, ne? Das heißt, da müssen wir eine andere... Einen anderen einfach schließen und dieses hier dann einfach lassen, wie es ist. Auch alles nochmal abgeflogen, wegen Truhe oder so? Oh, mach ich gerade. Ja. Ganz ehrlich, ich bin ausgesetzt auf diesem Planeten. Aber ich bin froh, dass ich hier ausgesetzt bin. Huch, äh... Weil es hier so schön ist. Ja, weil... Nee, es ist der gewohnte Planet, weißt du, so dieses... Unser mal, ja. Ja. Quasi. Ja, gut, jetzt habe ich aber nichts mehr. Ich hatte ihn noch. Aber es ist nichts. Nee, mal ab, na aus. So. Die Fackeln lasse ich mal hier. Ja, ja. In dem kleinen Schrank werde ich die erstmal lassen. Ah, okay. Dann werde ich die da auch reinpacken. Würde ich sagen, dann haben wir... Nehmen wir uns dann immer, wenn wir auf den Neun gehen... Nehmen wir uns schon ein paar Fackeln da raus. Was haltet ihr davon? Ja. Ihr müsst mir jetzt nur sagen, was ich aus dem Einlag... Ich habe jetzt alles reingetan einmal. Was ich denn aus dem Einlagerschrank mitnehmen soll, ne? Also ich würde die Leiterplatten... Die Sicherung würde ich mitnehmen. Vor allem sind hier zwei Energiemultiplikatorsicherungen. Die haben wir ja vorhin erstmal gekauft für das Tor, ne? Ja, die nehmen wir am besten. Beziehungsweise... Lavi, guck doch mal da hinten, wo der steht. Da kannst du vielleicht noch eine dazu setzen. Irgendwo steht ja hier bei den Kernkraftwerken. Ja. Da steht... Ich glaube nämlich, hier waren nur zwei drin. Warte, ich guck mal, hier ist das Ding. Ach, da steht der alte noch. Ui, das müssen wir gleich ändern, ne? Ja, das tauschen wir auch. Ich meine doch, ich hätte... Moment mal. Das hier ist, ja. Hier ist keiner dazwischen. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich da einen großen hingestellt hatte. Warte mal, ich gucke mal. Ne, da ist keiner dazwischen. Die Explosiven lasse ich auch hier. Und die Fackeln, die hier sind, lasse ich auch hier. Mag ich die Energiesicherung in den Schrank rein? Ja, ich nehme mir die gleich mal. Warte, ja, die sind in dem Fackelschrank drin. Ja. Wer hat denn hier Nullna-Samen mitgenommen? Ich weiß, kann ja auch ich gewesen sein, weiß ich nicht. Also hier in dem Schrank sind die drin, oder wo? In dem Kleinen sind die drin. So, ich habe jetzt mir die Quarze geschnappt, Zeolit und sowas. Und die Raketenköpfe. Ja. Achso, da habe ich auch noch zwei. Warte mal, ich gebe sie mal in den Schrank rein. Ja, aber ich kann nicht mehr, ich bin voll. Okay. Hallo, liebe Jillio. Hallo, Jillio. Ich nehme mal auch ein Mittagene und so. So, das kann man so tief. Wo hat er denn, ich muss sagt, was hat er denn hier? Das hat er in einen, den einen, den ich hatte, habe ich mitgenommen, den tue ich jetzt auch in den Polsacral Schrank. Dieser Blase, Blase, Quarz ist voll. Ja. Und der grüne Quarz. Dann haben wir hier Osmiumstiebe. Und Zeolit haben wir noch ein bisschen. Und Obidian haben wir noch ein bisschen. Und die Blaser, Blaser-Dingelskirchen, die muss ich leider erst mal hier lassen. Noch einräumen. Hier ist auch noch ein Motorgen, ist hier auch noch ein Ei-Lagerschrank oder irgend so was. Ich weiß, was ich im Großen, so eine große Energiezelle. Du hast eine dazugestellt, glaube ich. Ich glaube nicht, dass... Ja, aber ich bin. Es sind ja vielleicht zwei und du siehst die eine nur nicht. Dann würde ich ja an der Menge des Stroms sehen. Aber das ist nicht schlimm, weil ich stelle die ja jetzt hin. Ich mache die jetzt fertig. Ja. So, die muss das Zeug unten einbauen. So, was haben wir hier noch? Das nehme ich mit. Lirmasamen lasse ich von Manu. Das, die Leiterplatten. Ja, den Rest ist es Manus Zeug, würde ich jetzt mal so sagen. Brauchtest du noch Leiterplatte? Ja, ja, du brauchst das Leiterplatte für deinen Schrank, ne? Eine habe ich tatsächlich jetzt hier im Inventar. Ja, den Rest kann ich jetzt nicht. Das ist nicht viel, was da noch ist. Also das ist eigentlich für dein Labor, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja. Ja. Was kannst du dir dann holen? Ja. Äh. Ja. Alles gut? Ja. Ja. Alles gut? Ja. 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 Das war's.